Die Entwickler haben eine neue Umfrage zu The Sims 4 veröffentlicht, in der mögliche neue Features wie Raubüberfälle oder Körperbehaarung vorgestellt werden. Mehr dazu in diesem Video. Direkt am Anfang geht es um mögliche Features, die es theoretisch in The Sims 4 geben könnte. Hier stehen unter anderem Ideen wie Einkaufszentren, Cheerleading, Wachstumsschmerzen, Raubüberfälle, Liebe und Romantik, Highschools, Bands oder neue Gastronomieoptionen zur Auswahl. Lest euch alle Optionen durch und gebt dem coolsten Feature eine niedrige sowie dem schlechtesten Feature eine hohe Zahl. Weiter möchten die Entwickler wissen, welche Arten von Weltenmeeren The Sims 4 vertreten sein sollen. Griechische Inseln, schweizerische Bergstadt, chinesische Themen, italienische Weingärten oder auch spanische Städte und andere Themen stehen hier zur Auswahl. Auf der nächsten Seite geht es dann um weitere Features, die mit den Sims und ihrer Persönlichkeit zusammenhängen. Wie wäre es, wenn die Sims langfristige Wünsche haben, mit Merkmalen geboren werden, Merkmale entwickeln oder sich die Familie außerhalb des eigenen Haushaltes entwickelt. Als nächstes kann man über die Optionen im Ersteller 1 Sim-Modus abstimmen, welche in Zukunft mehr Objekte bekommen sollen, sowie welche neuen Kategorien wie Körperbehaarung, Prothesen, Narben oder unterschiedlich farbige Augenfarben es geben soll. Auch welche Alterskategorien mit mehr Objekten bestückt werden sollen, sowie welche neues Gameplay bekommen sollen, könnt ihr hier wählen. Ich denke, dass jeder Spieler unbedingt an dieser Abstimmung teilnehmen sollte, da man hier auch für wirklich große Features abstimmen kann. Schaut unbedingt in der Beschreibung vorbei, um ebenfalls alle Fragen auszufüllen. Welches Feature aus dieser Umfrage klingt für euch am spannendsten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.